Schon mal was vom 52 Hertz Wal gehört? Der vermutlich traurigste Wal auf der Welt. Kein JK. Walle kommunizieren miteinander in bestimmten Frequenzbereichen, die tief genug sind, dass wir Schwierigkeiten bekommen würden, sie zu hören. Mit ca. 10 bis 20 Hertz breitet sich ihr Gesang mit einer Geschwindigkeit von 1,6 Kilometern pro Sekunde aus und ist in einem Umkreis von 160 Kilometern zu hören. So laut musst du erstmal quatschen. Und dann gibt's da diesen einen Wal, der aus irgendeinem Grund nur mit 52 Hertz kommunizieren kann. Und das ist viel zu hoch, um von anderen Walen verstanden zu werden. Junge, wie oft denn noch? Ich verstehe dich nicht, aber na komm. Der einsamste Wal in allen Weltmeeren. Aber hey, vielleicht ist er ja gar nicht so traurig. Du H***, so und was kükst du denn so blöde? Ich weiß, dass du keine Ahnung hast, was ich sage, aber ich hab letzte Nacht meinen PKW-großen Lörri in dein Essen gezimmert. Was mach ich denn eigentlich? Oh ja, Stritzi, da ist ein Relaxo. Ist er nicht schön geworden?